Welchen Ratschlag können wir Leuten geben, die den Islam annehmen? Was habt ihr zu verlieren? Und ich möchte hier an eine Aussage erinnern, die ein Salaf-Gelehrter mit jemandem besprochen hat, der ein Atheist war. So sagte dieser unter den Gelehrten. Er sagte zu ihm, schau mal, ich verstehe nicht, warum du den Islam nicht annimmst. Ich verstehe nicht, warum du den Islam nicht annimmst. Was das Leben anbelangt. Du lebst und ich lebe. Du lebst, er fragte ihn, bist du zufrieden mit deinem Leben? Er sagte, der Atheist, ich bin zufrieden mit meinem Leben. Der lebt, wie er will, er sagt, er ist zufrieden. Allahu alam, er sagt, er ist zufrieden. Dann sagte der Muslim, ich bin auch zufrieden mit meinem Leben, so wie ich es lebe. Alhamdulillah, wenn es nur bei diesem Leben bleibt, hat keiner von uns verloren. Das heißt, nach dem Leben kommt nichts mehr, hast du nicht verloren und ich nicht verloren. Du hast gelebt, ich habe gelebt. Aber wenn nach dem Leben etwas kommt und bei Allah, es wird etwas kommen, die Abrechnung, dann hat einer von uns beiden verloren. Warum möchtest du zu den Verlierern gehören? Warum? Und das frage ich diese Leute. Warum möchtet ihr zu? Leben tut ihr sowieso. Ob ihr als Muslime lebt, ob ihr nicht als Muslime, ihr lebt sowieso. Naam? Ja, ayyuhal insan, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, oh, du Mensch, du mühst dich ab. Einer, der Sünden macht und das Schlechte macht, ermüht sich ab. Und einer, der gläubig ist, ermüht sich auch ab. Beide mühen sich ab. Nur der eine müht sich ab für seine Strafe im Höllenfeuer und der andere müht sich ab für sein Paradies. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Herzen recht lecken. Allahumma amin. Allahumma amin.